Vielleicht profitiert Sturm davon. Jetzt haben wir schon über die Schweiz geredet. Heiko Vogel, da haben Sie Ihren größten Erfolg als Trainer gefeiert. Double-Gewinn mit dem FC Basel im Jahr 2012. Große Erfolge in der Champions League. Was macht diesen Klub aus, der sehr oft für österreichische Vereine als Vorbild hier halten soll? Ja, was macht den Klub aus? Ich glaube, erstens mal auch eine Fankultur, die ihresgleichen sucht in der Schweiz. Alexander Dragovic sieht man da an Ihrer Seite. Ja, logisch. Nein, er ist ein toller Klub, ich glaube auch mit den richtigen Führungspersönlichkeiten zum richtigen Zeitpunkt. Man hat dann auch die Champions League-Qualifikation und die Gruppenphase dazu genutzt, sich auch finanziell von den anderen Vereinen abzuheben. Das hat man sehr geschickt gemacht, hat gute Transfererlöse erzielen können. Und insofern spielt Basel da auch heuer jetzt nicht, aber hat jetzt die letzten siebenmal oder achtmal sogar in der eigenen Liga gespielt. Das kommt nicht von ungefähr. Es ist einfach tolle Arbeit geleistet worden von den Verantwortlichen und entsprechend kamen dann acht Titel. Gehört in ihm.